Hallo und herzlich willkommen bei Bautz Sportstick. Es freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Smart Ringe sind der letzte Schrei. Vollgestopft mit einer Menge an Sensoren, versprechen sie Gesundheitsmetrigen zu ermitteln, die Trainingsbereitschaft vorherzusagen oder Workouts zu treten. Eigentlich das gleiche, das auch eine Sport- oder Smartwatch macht. Aber ob das auch so gut funktioniert, das wollte ich herausfinden, weshalb ich die letzten sechs Wochen den Ultra-Human-Ring-R getragen habe. Was der alles kann und wie gut dieser funktioniert, das zeige ich euch heute in meinem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Um die richtige Größe zu finden, bekommt man vorm richtigen Ring ein sogenanntes Ring-Sizing-Kit. Das Ganze sieht so aus. Hier hat man zehn verschiedene Dummy-Ringe drinnen in verschiedenen Größen. Diese kann man dann sozusagen im Vorfeld testen, um herauszufinden, welche die richtige Größe ist. Meine Empfehlung wäre, den Ring wirklich mehrere Tage zu tragen, da Finger bei warmen Wetter zum Beispiel anschwellen. Und hier wäre es blöd, wenn man die falsche Größe bestellt und der Ring dann im Endeffekt nicht passt. Der Ring kostet auf der Seite von Ultra-Human 349 US-Dollar. Wenn man ihn dort bestellt, zahlt man noch 25 US-Dollar Versand. Ich persönlich würde eher empfehlen, diesen auf Amazon bestellen. Dort kostet er 382,19 Euro. Sollte man die falsche Größe bestellen bzw. nicht zufrieden sein damit, dann hat man hier die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuschicken. Ich glaube, das ist etwas leichter und unkomplizierter, wie wenn man ihn direkt bei Ultra-Human bestellt. Es gibt fünf Farben in so einer natürlichen Titanfarbe. Schwarz glänzend, matt-grau, gold glänzend und silber glänzend. Der Ring selbst ist 8,1 mm hoch und ist zwischen 2,45 und 2,8 mm dick. Das Gewicht beträgt je nach Größe zwischen 2,4 und 3,6 g. Die Außenseite des Rings ist aus Titan und hat zusätzlich eine verstärkte Beschichtung. Die Innenseite besteht aus medizinischem Epoxidharz, wodurch eine optimale Verträglichkeit gewährleistet wird. Wenn man hier reinzoomt, sieht man dann auf der Innenseite auch die ganze verbaute Elektronik. Was Sensoren betrifft, so gibt es einen PPG-Sensor, der Herzfrequenz, Blutsauerstoff und die Herzfrequenzvariabilität messen kann, sowie einen Temperatursensor und einen Bewegungssensor. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, mein Ring ist mittlerweile schon recht wild zerkratzt. Der Grund ist, dass ich mit ihm auch Krafttraining gemacht habe und dabei entsteht, hat einfach unausweichlich Kratzer. Je nachdem, welche Aktivität man macht, sollte man das auch bei der Farbauswahl berücksichtigen. Der Hersteller verspricht mit vollem Akku eine Laufzeit von 6 Tage. Gleichzeitig empfiehlt er aber auch, den Ladestand zwischen 30 und 80% zu halten. Unter Einhaltung dieser Empfehlung habe ich mit dem Ring im Schnitt 3 Tage geschafft. Ich habe ihn einmal sogar auf 100% aufgeladen und hatte dann am vierten Tag noch 10%. Also 3-4 Tage sind durchaus möglich. 6 Tage halte ich für nicht schaffbar. Da der Ring kein Display besitzt, spielt sich natürlich alles in der App ab. Und genau diese schauen wir uns jetzt genauer an. Die Hauptseite ist in verschiedene Teile unterteilt. Zum einen in Bewegung, Stress, Erholung, Schlaf, mein Stimulantien-Einschränkfenster, sowie die zirkadiane Phasenanpassung. Und dann finde ich noch Einzelmetriken wie den Puls, den V2-Max, beziehungsweise das Kardioalter, die Hauttemperatur, den HRV oder die Herzfrequenzvariabilität und die Ruheherzfrequenz. Weiters findet man die täglichen Ziele, sowie die Zeitleiste und weiter unten findet man dann den Akkustand des Ringes, beziehungsweise, wenn man darauf klingt, noch weitere Daten. Fangen wir beim ersten Punkt an, Bewegung. Wer einen aktiven Lebensstil hat, verbrennt mehr Kalorien, aktiv und passiv. Darüber hinaus senkt man das Risiko für diverse Krankheiten. Der Bewegungsindex hilft dabei und zeigt in einer Zahl, wie aktiv man am Tag ist. Je größer die Zahl, desto besser. 100 ist das Maximum. Des Weiteren werden die Schritte angezeigt, die Aktivitätsminuten, die aktiven Stunden, die Gesamtkalorien, sowie die Trainingsfrequenz. Bei letzterer werden die Minuten im intensiven Pulsbereich gezählt. Unter dem Punkt Stress findet man in erster Linie den Stressrhythmuswert. Dieser zeigt dann, wie stressresistent man am diesem Tag ist. Je höher die Zahl, desto resistenter ist man. Weiters bekommt man eine Aufgliederung, wie lange man wie gestresst war und unten eine grafische Übersicht über den Tag. Der Ring analysiert natürlich auch unseren Schlaf. Letztendlich ist er ein wichtiger Faktor für das tägliche Befinden. Aus einer Riesenanzahl von Schlafmetriken ermittelt erin unseren sogenannten Schlafindex, der in einer Zahl anzeigt, wie gut man geschlafen hat. Weiters wird der Blutsauerstoff gemessen, die Schlafphasen werden aufgegliedert, es wird angezeigt, wie viel man sich im Schlaf bewegt hat, den Verlauf der Herzfrequenz, der Herzfrequenzvariabilität, sowie der Hauttemperatur bekommt man hier ebenfalls angegeben. Nickerchen erkennt der Ring übrigens auch. Hier bekommt man dann eine Meldung in der App, bestätigt man diese, so verbessert sich dann auch der Sleep-Score. Was ich toll finde, ist, dass man bei allen Faktoren, die zum Schlafindex beitragen, draufklicken kann. Man sieht dann die Werte der vergangenen Tage, Wochen, Monate und man sieht dann ebenfalls Vergleichswerte zu anderen Ringträgern und Tipps, wie man die entsprechende Metrik verbessern kann. So eine ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir das Zeichen deiner Wertschätzung ein Like dalassen würdest und falls du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du mir gern auch ein Abo dalassen. Ich sage Dankeschön dafür und schon geht's wieder weiter. Der Erholungswert spiegelt unser aktuelles Wohlbefinden wider. Faktoren, die diesen beeinflussen, sind unter anderem der Ruhepuls, die Hauttemperatur, der 7-Tage-HFV-Wert, die Herzfrequenzvariabilität der letzten Nacht, der Schlafindex sowie der Stress-Rhythmus-Score. Sind diese im normalen Bereich, erhalte ich einen höheren Erholungswert, weichen manche von der Norm ab, so sinkt dieser. Generell wird hier die Herzfrequenzvariabilität auch ein bisschen genauer betrachtet. So erhält man ein Feedback zum aktuellen Status, sieht den rollenden 7-Tages-Durchschnitt sowie den durchschnittlichen Schlafwert und den Trend der Ruheherzfrequenz. Da Koffeinkonsum weder direkt nach dem Aufstehen noch kurz vor dem Schlafengehen optimal ist, hilft das Stimulantien-Einschreckfenster, den optimalen Zeitpunkt für dessen Konsum zu finden. Die App empfiehlt, 2 Stunden nach dem Aufstehen sowie 6 Stunden vor dem Schlafengehen keinen Koffein zu konsumieren. Ist das Fenster offen, so kann man anfangs sogar Energydrinks konsumieren, kurz vor dem Schließen des Fensters sollte man dann doch eher nur weißen Tee trinken, das hängt natürlich mit dem Koffeingehalt zusammen. Und kurz vor dem Schlafengehen empfiehlt einem die App dann sogar Getränke, die für einen guten Schlaf förderlich sind. Eine interessante Sache ist die zirkadiane Phasenanpassung. Denn Lichteinwirkung, Bewegung und Nahrung haben einen Einfluss auf unseren täglichen Biorhythmus. Im Laufe des Tages gibt es mehrere Phasen, wo diese Faktoren unterschiedlich wirken. Der Speziergang am Morgen hat zum Beispiel die Auswirkung, dass man eventuell früher schlafen gehen möchte, während viel helles Licht am Abend eher am Schlafen hindern wird. Die App macht täglich aufmerksam, in welcher Phase man sich gerade befindet und was welchen Einfluss gerade hat. Unter dem Punkt Einzelmarkierungen kann ich mir dann meine Herzfrequenz beziehungsweise den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Verlauf anschauen. Das Ganze auch für den V2 Max und mein Fitnessalter beziehungsweise meine Hauttemperatur mit Infos zu den ganzen Abweichungen. Ich kann mir das Ganze anschauen für den Tag und für die Nacht. Ebenfalls bekomme ich hier Auskunft über die Herzfrequenzvariabilität und den Verlauf und das Ganze natürlich auch noch für die beruhende Herzfrequenz. Ähnlich wie auf anderen Plattformen kann ich mir auch Ziele setzen, die ich täglich verfolge, wie zum Beispiel Schritte oder aktive Stunden, aktive Minuten. Ich kann mir ein Ziel setzen, früh schlafen zu gehen, früh aufzuwachen. Auch die Schlafdauer ist ein wichtiger Faktor oder die Workout-Minuten. Alles kann ich mir einstellen und versuchen täglich zu schaffen. Unter dem Punkt Zeitleiste sehe ich die ganzen Mitteilungen im Laufe des Tages beziehungsweise wird hier auch festgehalten, wann ich ein Workout gemacht habe. In meinem Fall habe ich mit meiner GAMI das Ganze aufgezeichnet. Das Ganze wurde mit Apple Health synchronisiert und ist jetzt hier auffindbar. Ganz unten findet man auch den Punkt Zonen. Unter diesem kann man sich mit seinen Freunden verbinden und seine Punkte mit diesen Teilen beziehungsweise sich gegenseitig motivieren, um sich einfach mehr zu bewegen. Unter dem Decken findet man kurze Videos zum Thema Gesundheit. Man kann sich Podcasts anhören, aber auch Workouts machen. Man findet geführte Meditationen oder kann sich Entspannungsmusik oder Geschichten fürs bessere Einschlafen anhören. Also, man muss schon zugeben, dass die App wirklich sehr viel Tiefgang hat und auch sehr viel fürs Geld bietet. Letztendlich darf man nicht vergessen, dass es sich hierbei nicht um ein Abo-Modell handelt, sondern man nur einmal für den Ring zahlt und trotzdem immer wieder neue Funktionen und Features in die App implementiert werden. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die ich nicht so toll finde. Fangen wir mal bei der Messgenauigkeit an. Ich glaube, das ist auch mein größter Kritikpunkt, denn bei mir funktioniert sie nicht besonders gut. Auf der einen Seite gibt es einen Workout-Modus, den man aktivieren kann, wenn man zum Beispiel trainiert, aber hier war der Puls in der Regel immer viel zu hoch, also 20 bis 30 Schläge im Durchschnitt. Es wird zwar in der App darauf hingewiesen, dass sich dieser noch in der Beta-Phase befindet, das Ganze ist aber im Endeffekt nicht wirklich brauchbar. Aber auch im Alltag konnte mich die Messgenauigkeit nicht überzeugen, so wurde meine Herzfrequenzvariabilität in den letzten sechs Wochen durchgehend zu niedrig bzw. meine Ruheherzfrequenz immer zu hoch gemessen. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, aber der Trend passt. Nur die Sache ist halt die, wenn ich so ein Gerät habe, dann möchte ich halt auch, dass die Werte passen. Und wenn der Ruhe-Puls zu hoch gemessen wird oder der HRV zu niedrig, dann passt das natürlich auch nicht mit dem V2-Max, der daraus ermittelt wird, bzw. mit dem Cardio-Alter, dann stimmt das im Endeffekt alles nichts. Also hier sollte alles schon passen. Sandra hat den Ring übrigens auch getestet. Bei ihr waren die Messunterschiede zwar nicht so groß wie bei mir, aber dennoch gab es Unterschiede. Kommen wir also zur Eingangsfrage zurück. Kann ein Ring eine Sporttour setzen? Im Fall des Ultra-Human-Ring wohl eher nicht. Der Workout-Modus ist nicht wirklich ausgereift, die Messung ist viel zu hoch und auch im Alltag, finde ich, sind die Werte nicht zuverlässig, zumindest bei mir. Wenn man aber bedenkt, wie schlecht die ersten optischen Pulsmessern auf den Sporttour waren und wo wir jetzt sind, ja, da kann sich noch einiges in den nächsten Jahren tun. Interessant wird es erst, wenn ich von einem Hersteller einen Sporttour habe und vom Gleichen dann auch noch einen Smart-Ring und ich zwischen beiden je nach Situation hin und her wechseln kann und alles dann in einer App zusammengefasst wird. So kann ich zum Beispiel im Alltag oder beim Schlafen den Ring tragen und beim Sport die Uhr. Was haltet ihr von dieser ganzen Ringsache? Glaubt ihr, das hat wirklich Zukunft oder handelt es sich dabei nur um eine Modeerscheinung? Mich würde wirklich eure Meinung interessieren, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne in meine Telegram-Gruppe kommen und mir persönlich darüber erzählen. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.